Hallo! Hallo, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erzähl mal, was wir heute machen. Wir machen heute einen Tag lang irgendeine Farbe-Essender. Genau, das ist eine Challenge zum ersten Mal auf meinem Account. Wir haben hier auch so ein, also wir haben nicht so ein richtiges Glücksrad und wir wollten das jetzt auch nicht mit Zetteln machen. Deswegen habe ich mir einfach eine App runtergeladen. Und zwar, die hier, da habe ich jetzt schon so Farben geschrieben. Und zwar Rot, Pink, Gelb, Blau und Grün. Ich hoffe, da ist kein Schwarz dabei. Nein, nur Rot, Pink, Gelb, Blau und Grün. Ja, weil Schwarz kann man gar nicht essen, außer diese schwarzen Dinger. Prompt, diese Johannisbeeren? Ja. Ja, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Soll ich anfangen zu drehen? Okay. Okay, wir machen verschiedene Farben. Okay, ich fange mal an. Hier, ich drehe. Ihr könnt es zuerst sehen. Oh Gott. Welche Farbe? Grün. Ja. Du musst Grün essen? Ja. Woher weiß man das? Weil da Grün steht. Grün, okay. Jetzt nicht. Okay, jetzt nach mir. Okay. Ach, jetzt weiß ich das drücken. Grün? Nee, 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 nee. Okay, nochmal. Jetzt machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Und wer verliert, der muss Grün behalten. Wer gewinnt, darf nochmal neu. Okay? Mhm. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich darf noch eine neue. Okay, sie darf nochmal eine neue Farbe. Okay, nochmal. Warte. Gelb. Ah. Lamia hat gelb. Ich muss gelb essen. Also Lamia isst jetzt gelb und ich esse grün. Dann kann ich ja Bananchen essen. Ja, du kannst eigentlich vieles essen. Ich weiß noch nicht, außer vielleicht Gemüse. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall los und... Du kannst Brokkoli essen. Ich mag kein Brokkoli. Dann isst doch diese Dinger, wo man so... Diese... Kiwis? Nein. Ja, Kiwis kannst du auch essen. Aber es gibt doch noch diese Lappelis. Lappelis kannst du doch in Grün essen. Ach so, stimmt. Ja. Da ist ja auch Apfel dabei. Kannst du ja auch essen. Ich habe eine Idee, uns zu sagen. Wir machen halt einfach... Wir essen was gelbes. Und wir haben ein Produkt, was wir haben dürfen, was nur von der Verpackung gelb ist. Okay? Ja. Okay, wir gehen jetzt auf jeden Fall einkaufen und nehmen euch mal mit. Ja. Wir kaufen, glaube ich, weil wir haben schon mittags, deswegen frühstückt, gefrühstückt haben wir schon. Wir kaufen ein Mittagessen, ein Abendessen und einen Snack. Ja. Und ein Getränk. Tschüss. Bis gleich. Wir haben jetzt schon mal Snacks. Ja. Ich nehme die hier. Genau, wir nehmen einfach unsere Farbe da raus. Mhm. So, wir nehmen jetzt noch für Lamia Marmelade mit in gelb. Also gelb-orange, das zählen wir, weil das ist eigentlich schon gelb-orange so. Mama. Leute, ich dachte, ich kann gar kein Obst essen, aber ich kann ja Trauben essen. Grüne Trauben. Perfekt. Also hier sind jetzt Laffelis und ich nehme einfach welche für mich mit. Lamia kann auch welche mitnehmen und ich nehme welche für Miko mit, weil er hat eine Zahnspange bekommen. Ich nehme zwei mit. Ich nehme das hier. Das hier. Ich kann aber auch diese mitnehmen hier. Ja. Ich suche mal, wie ich jetzt welche für Miko aus. Mit Obst? Ja. Mit Obst, weil ich ganz viel Obst aufbund. Ganz normal. Wir sind jetzt zu Hause und zeigen euch die Sachen. Warte, guck mal erst mal, wie das aussieht. Gelb. Grün. So ein paar Sachen bei mir. 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 Okay. Okay, fang du an. Also ich. Man sieht dich ja gar nicht. So ist auch gut. Also ich habe diese Gummibärchen. Das sind zwar bunte, aber ich suche mir die gelben raus. Weil die gelben sind die Banane. Und dann habe ich einmal Birnen. Gelbe. Gelbe Birnen. Dann habe ich noch Apfelmus. Und dann habe ich noch diese Nudeln hier. Und hinten sehen sie so aus. Und dann vorne sehen sie so lecker aus. Das ist hinten. Okay. Hey. Ach, dann sind sie. Wie gut. Dann habe ich noch Trinken mussten wir auch kaufen. Dann habe ich noch Eistee. Dann habe ich Aprikosenmarmelade. Marmelade? Marmelade. Dann habe ich hier noch Capri-Same. Weil die ist von innen so gelb-orange. Ja. Woher warst du das eigentlich? Weil ich weiß, die Capri-Same schmeckt und es aussieht. Dann habe ich hier dann habe ich hier noch zwei Lappelis. Lappelis ist gut. Weiß keiner, was Lappelis sind, Lamia. Dann habe ich hier noch Bananen. Wie süß sie das macht. Dann habe ich noch so ein Smoothie. Das ist, was ist das? Mango, Apfel, Maracuja. Da sieht man es. Da. Dann habe ich noch Bananenmilch. Das sieht man. Die ist schwer, ne? Und das musst du noch zeigen. Was ist das? Nur Bananen, oder? Ja. Dann habe ich hier noch so einen Bananenjoghurt. Okay, jetzt meine Sachen. Ja. Wir haben gesagt, wir dürfen eine Sache nehmen, die von der Verpackung grün ist. Deswegen habe ich das genommen, wenn die Verpackung grün ist. Jetzt ist grün, deswegen habe ich mir dieses Getränk hier geholt. Dann habe ich mir einmal grünen Eistee geholt. Habe ich noch nie probiert. Dann einmal ein... Ein grünes Smoothie mit Kiwi, Limette, Apfel, Matcha, Vitamine. Habe ich ja auch, aber nur mit diesen Früchten. Das habe ich jetzt gezeigt. Dann einmal diese Gummibärchen. Ich nehme auch nur die grünen raus. Dann, ich konnte nur eine Sache beim Obst nehmen, deswegen habe ich Trauben genommen. So. Dann habe ich Wackelpudding genommen. Und noch eine Gurke. Die esse ich dann mit Salz. Ähm, und dann noch diese zwei Laffelis. Und zuletzt Spinatnudeln, die aber echt eklig aussehen. Aber die waren wiedergegangen. Ja, das war's. Und wir werden das jetzt einräumen und euch dann immer zeigen, wann wir was essen und trinken natürlich. Du musst jetzt immer, wenn du was essen und trinken willst, musst du zu mir runterkommen und ich muss das dann filmen. Okay. Ich habe jetzt Hunger bekommen und ich esse ein paar von diesen Gummibärchen hier. Echt jetzt? Ja. Okay, und die gelben? Ja, die gelben. Ja. Gut. Freunde, also, ich esse, oh, was heißt Essen? Ich weiß nicht, ob es Essen ist oder so ein Trinken. Aber ich esse jetzt dieses Lappeli. Wir nennen das immer Lappeli. Deswegen wundert euch bitte nicht, falls wir es irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall heißt es bei uns Lappeli. Wie das von innen orange ist, weil irgendwie alles davon, was drin ist, orange ist. Aber die Verpackung war grün, deswegen dachte ich auch, dass das grün ist. Da sind die Früchte Trauben, Birne, Apfel. Und das hört sich auch schon irgendwie so grün an, weil die Früchte eigentlich grün sind. Apfel kann ja auch grün sein. Und, oh Gott, jetzt kriege ich das nicht auf. Mal gucken, ob es grün ist. Eigentlich, wie ekelhaft. Da steht Haferbrei. Ich dachte, das ist normal, aber das schmeckt so eklig. Das esse ich nicht. Ich habe mir jetzt das andere geholt. Ich hatte ja zwei und zwar ist es einmal mit Apfel, Birne und Hirse. Ich weiß nicht, was Hirse heißt. Aber das schmeckt auf jeden Fall besser. Schmeckt ein bisschen wie Apfelmus. Aber es ist auch nicht ganz grün. Es ist irgendwie so gelb-grün-weiß. Ich kann die Farbe nicht so erklären. Ich habe jetzt Durst bekommen und ich trinke jetzt diesen Smoothie. Smoothie. Okay, ich habe auch Durst. Ich trinke jetzt auch einen Smoothie. Kannst du mir den hier auch machen? Ja. Riech mal. Probier mal. Riecht eigentlich gut. Riecht irgendwie noch. Die Joanna war auch süß. Riecht irgendwie noch. Probier mal. Riecht irgendwie noch. Mh, lecker. Das schmeckt aber gut. Riecht nach... Wie heißt... Riecht irgendwie noch... Riecht irgendwie noch... Nee, noch... Äh... Probier noch. Probier mal. Okay. Schmeckt ganz gut? Ja, schmeckt richtig gut. Du darfst nicht probieren. Hey! Riecht verriechen. Ja. Mh, ich riecht irgendwie... Der schmeckt ein bisschen besser. Dann hier. Mach mir? Probier mal eins. Schmeckt nach Ananas. Schmeckt auch gesunder, weil das ist auch grün. Ach so. Fast nur dein Pullover. Hast du dich extra so angezogen? Schmeckt irgendwie nach Ananas. Wir sind jetzt hier... Mein Pickel. Leute, das ist die Realität. Ich habe nicht immer ein perfektes Gesicht oder so. Ich habe... Krasse... Pickel. Was ist? Glamea guckt hier so. Auf jeden Fall... Das machen wir jetzt. Wir warten auf Carlos, ne? Mama holt nämlich jetzt Carlos vom Kindergarten und ich sehe, die Kamera ist komplett schief. So. Und wir haben auf jeden Fall... Mach ich zittervoll. Eine Karte, wo die ganzen Sorten stehen und Lamia hat schon eine Sorte, die sie will. Wir sagen es aber erst gleich. Es gibt auf jeden Fall, was so gelb sein könnte. Gab es Zitrone, Ananas... Was gab es noch? Was gab es noch? Fiesig, Maracuja, Mango ist ja auch so gelb-orange und bei mir halt grün gibt es grüner Apfel, Kiwi und Trauben. Trauben weiß ich nicht, ob es lila Trauben sind oder grüne. Aber ja, wir zeigen euch dann gleich, wenn wir da sind, die Bubble Tees, die wir uns aussuchen und die... Wie heißen die? Die Perlen, die Tapioca Perlen müssen ja auch in unseren Farben sein, ne? Ich bin gespannt. Einmal Nummer 1 und 9 mit grünem Tee. Ähm, dann einmal Nummer 6 groß mit grünem Tee. Und einmal Nummer 10 klein mit grünem Tee. Nummer 3, ich hier ein Tee. Welche bist du? Nummer 6? Hm? Nummer 6? Nummer 6. Wer war das? Ich, äh... Einmal Kiwi. Mango? Mango. Welche? Blaubeere. Blaubeere, ja. Welche bist du? Ähm... Marquia oder Fiersig? Ich glaube, ich nehme auch Blaubeere. Darfst du nicht? Warst du nicht? Mango. Mango oder Fiersig? Fiersig. Und dann nehme ich Fiersig. Fiersig. Das schmeckt nach Fiersig, Eisdienst. Sehr gut. Und was ist jetzt gerade? Das war's? Mama, kannst du das heute tun? Ja, na, na, na. Das sieht echt grün aus, ne? Das Tee, da war nicht toll. Meinst du jetzt auch Tee? Ja. Das ist ja auch Tee. Dein ist auch Tee. Ja, ich bin Tee. Also, ich habe einmal einen grünen Bubble Tea, äh, grüne Apfel und Kiwi-Perlen. Und du hast? Ähm, Mango. Mango und Blaubeere, ne? Ja. Und du? Und ich habe, äh... Ananas? Ja, Ananas und... Fiersig. Fiersig. Genau. Auf geht's nach Hause. Ich hab auch Ananas. Ja. So, Lamia, die isst jetzt einen Joghurt, einen Bananen-Joghurt. Jetzt müssen wir hoffen, dass er gelb ist. Ja, ich hoffe es. Also, ich glaube, es ist weiß. Aber ich glaube, irgendwie ist es ein bisschen gelb. Ja, es ist hellgelb. Ja. Ist der Bananengrünner? Was? Oder muss man da mal ran? Probier mal. Mh, das riecht voll an der Bananen. Und? Mh, lecker. Probier mal. Darf ich nicht. Ach, das stimmt. So, Leute, wir spielen jetzt... Skippo. Skippo. Wir sind süchtig nach dem Spiel. Und... Ja, das dauert immer so lange, bis wir mit dem Spiel sind. Aber wir spielen jetzt. Action. Ich hab jetzt Hunger bekommen und ich habe ein Brot mit Aprikosenmarmelade. Genau, Lamia ist die ganze Zeit am Essen. Und ich bin erst mal am Shoppen und dann esse ich auch was, ne? So, Leute, ich mach mir jetzt... Also, ich esse jetzt diese sauren Gummibärchen. Und ich darf natürlich nur die grünen rauspicken. Deswegen esse ich auch nur die grünen. Hallo, ich hab jetzt... Ich hab jetzt mein Eis-Tee. Den werde ich jetzt krinken. Gummibärchen auch bekomme. Ist es gelb? Ja. Ja. Ist gelb. Probier und sag mal, wie es schmeckt. Die wird so unglaublich. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass das Video jetzt Ende ist. Ähm, die Challenge war eigentlich ganz cool. Nur ich finde, ich hatte voll die schwierige Farbe. Ich glaube, mit der schwierigsten und pink war auch schwierig. Aber ich glaube, so blau, rot, gelb wäre echt nice gewesen. Weil man einfach viel mehr essen kann. Auch beim Mittagessen kann man gelb halt am besten essen. Kartoffeln, Sous-Solandaise, Toast. Weil es ist ja so gelb. Zählen wir als gelb. Ähm, und ja. Naja. Ich hab auf jeden Fall gerade noch mein Smoothie ausgetrunken, weil ich den heute Mittag nicht ausgetrunken habe. Und ich würde sagen, ich chill jetzt einfach noch weiter. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Und, ähm, ja, wenn ihr mehr Videos von solchen Arten wollt, macht einen Daumen nach oben, wie schon gesagt. Und, ja, ich wünsche... Was? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns... Und wir sehen... Oh Gott, die Sprachfehler. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.